Hallo, herzlich willkommen, Leute, mein Name ist Alex, ist auf dem Internet, und heute gibt es die 11. Folge von Minecraft Mod-Trade, ja, mit dabei ist Luca, Nico, und Chris und Chris ist gerade am Essen, also, ist gerade ein bisschen afkar, der Jungs, es beschäftigt, deswegen glaube ich nicht grüßen, ilendiger. So, letztes Mal hatten wir mit dieser wunderschöne Pipeline, die halt wirklich bestehend ist, und ein Tank, der auch arg hässlich ist, die zur Funktionalität jetzt erstmal, okay? Ein bisschen befasst, und wir wollten ja jetzt da oben eine Sache, eine Kumpel anbringen. Luca, kommst du ja, das wird dann da hinbauen. Komm, 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 komm. Da, okay, komm, komm. Ja, komm, ja, dann. Ich würde sagen, wir bauen das um nicht auf die Mitte, und dann bauen wir für das Ding von uns wieder an. Jo. Oh, sie ist ein Mist, der geht mich, Alter. So, was die auf dem Fall müsste ich hier, so würde ich sagen, ne? Haha, der Kippsgängig. So, ähm, man muss ja nur schauen, wie wir, ich gehe gleich hochgucken. So, ich hoffe, mir wird es gleich nicht für der Query der Boden, so die Füßen abgebaut. Das fetzigste soll, ich füße jetzt mal. Ja, das ist wahrscheinlich so. Was ist? Ja, gut, wir können aber auch über den Query der, äh, auch, ja. Da, mach ich mal kurz hier den Weg nach oben. Zack, 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 du bist wieder ungefähr schauen. Luca, du musst mir jetzt mal anhand des blauen Pfeils navigieren, dass ich hier schaue, wo ich hin muss. Ah, ein NR-Krieper. Äh, also, sag mir, weil ich ungefähr über der Mitte des Öls bin. Wollt man stehen? Luca, du machst gerade den Roboter. Mensch, kauft doch mal ein ordentliches Mikro. Also, ich lächle einfach da. Ja, ich, ich stehe jetzt hier. Ja, da oben, da. Da? Warte, ja, okay. Ja, doch, doch. Ja, du musst mal kurz rum. Oh, herrgott, so. Gut, dann. Ob ich hier mal eine kleine Konstruktion, oder? Muss man die Pumpe jetzt... Ach, aber muss man die nicht kühlen? Ne, alles gut, alles gut, funktioniert. Ähm, hoffe doch mal, wenn ich dann halt nicht. Kann man sagen, ich ließe die Trudge. So, äh, die Pumpe, hier, bis jetzt, wie es muss ich hier dann. Zack, dann, da solltest du noch warten. Dann, jetzt hier die vier. Ob ich tot, die ist jetzt hier mal außen rum dran. Zack, 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 und ich will nicht ins Öl fallen. Zack, die müssen wir jetzt noch irgendwie beim Power. Das Ding ist an. Ja. Da sitze ich hier für das Zeit noch im Block extra hin. So, zack, 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 und, äh, zack. Ich weiß jetzt noch nicht, äh, es merkt unterhalb, dass es darunter kein Platz ist. So, jetzt ist es auch darunter liquid. Jetzt sollte es, ja, es fährt ein Saug... Saugüsse raus, guck, ja, es hat... Es ist nicht wunderschön. Oh, ich hab' ne Kiste mit ganz viel Kram gefunden. Hoioioi, ne Kisten mit ganz viel Kram, das wird man uns aber freuen. Ich hab' einen logischen Matrix-Programmierer. Oh, okay. Äh, oben setzt man, das ist jetzt bei den Abgang, ne? Ja. Was anderes bleibt noch nicht übrig. Zack. Zack, zack. Und du dürfst jetzt einfach den Weg, den wir hergekommen sind, zurückgehen. Zack. Ja, gut, aber nur Kakteen. Nico, wir brauchen Kakteen. Ja. Ja. Der ist von mir weit gelaufen. Ja, immer noch keine Wüste gefunden. Dann muss nur weiterlaufen, das hat er für er versucht. Ja, ich glaub' ja weiter. Oh, Lukas, siehst du, das ist elegant, das ist, das ist nicht annähernd, die Mitte. Egal. Ja, es ist nicht gelingt. Der ist ja aussehend. Der ist ja der Wester des Internets. Aber der sollte jetzt, der Westerbüste schon anfängt zu pumpen, weil er merkt, dass da ja keine Dicks da angeschlossen ist. Aber gut, das funktioniert so weit, das kommt sich nicht in Kürtel. Sollte funktionieren? Ja, sollte funktionieren. Doch, doch. Sollte. Ich weiß nicht, wie für das ist. Oh, das ist ein Dorf. Hier. Das ist Bernstein, brauchen wir Bernstein? Nein, eigentlich nicht wirklich. Das ist ein Blaues. Okay, das ist die... Das füllt sich. Ja, poppt das natürlich Öl hoch. Aber das endet dann halt hier. Gut. Brauchen wir Apathie? Nein. Eigentlich nicht. Hab ich was verpasst? Och, ja, da ist schon ein Kissen. Ja, wir sind alle gestorben. Ja, wir sind alle gestorben. Alles da sind weg. Die Query ist weg. Äh, nee, Alter, ich spür dich doch mal zu, die Zuschauer. Jo, moin. Ja, moin. Hey, ganz lange. Achso, habt ihr schon die nächste angefangen? Ja, 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 ja. Hier hab ich hier gerade... Willst du mal, willst du mal zu mir kommen, hier an die Query? Ja. Wir haben hier jetzt einen wunderschönen Tangle gebaut, den man auch ein bisschen schöner baut kann. Gut, für uns... Ja, ja, ich bau das ein bisschen schöner. Äh, auf jeden Fall, da führst du nicht weit. Und zwar siehst du, dass du diesen Saugrüsten herauskommst. Das ist von einer Pumpe, die mit ganz, 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 ganz wenig Energie betrimiert, damit die über Nacht, über zwei, drei Nächte dieses Öl, die muss wegpumpt. Toll, ne? Wie, die hat doch gar keinen Anschluss. Ja, weil wir keine Kaktele haben. Toll, ne? Weil wir keine Wasser haben? Kaktele. Oh, Mann. Achso, ja, für die... Ja, genau. Exakt. Ja, für die Dichtung. Gibst du mir mal, gibst du mir mal bitte... Nein, 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 oh, sorry, 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 AAUGH! Gib mir mal, lass mich einfach mal mitbeisern, gib mir mal einfach alle Kanister, die du hast. Ja, du wirst mich da reingeschlagen. Näh, du wirst mich da reingeschlagen, stimmt doch gar nicht. Komm, soll ein bisschen so vorführende Unterricht. Das ist echt hilfreich. So, äh... Ja, für, 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 waren wir das? Ja, wie gesagt, das ist halt... Temporated Baster kann mir so noch ein bisschen was gefallen lassen, so, was ich jetzt sag. Chris, kraftst du mir mal bitte noch einen Container? Oh, nein. The Tank. Okay, hat's ja lediglich. Was soll ich machen? The Tank. Ein Tank? Tank. Oh, ja, okay. So. Welchen willst du denn? Äh, Dildoten. Wirst du, das Wahnsinn ist einfach, einfach, einfach nur ein Tank. Ja, ja. Ja, gut. Ich überleg' dann, wenn ich hinten die Kamera drauf bin, dann zieht mir das nicht hier. Hier hinten irgendwo, ja, ich zieh mir hier irgendwo. Es gibt schon... Wo ist denn das Klaas überhaupt? Ey, den Öffel irgendwo gemacht. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, was ist das? Ja, ich hab hier noch viel gelassen, aber hier sollt man hier oben Klaas gefunden. War nicht, 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 war nicht. Doch, da schon. Egal, ich hab selbst schon aufgedeckt. Hallo, ich bin ja da. Hast du statt Werten eines in den, welchen sind in den Kisten? So, nee, nee. Hab ich nie überhaupt nicht. Nico, hast du Kapitän gefunden, Nico? Nee, ich bin gestorben. Und dein Mikrofon ist am absoluten Abspackeln. Ich weiß nicht, ob du jetzt gerade was sagst. Sag mal was. Oh nein, ich hab mich gerade verkraftet. Oh nein, aber wir hören jetzt auch Nico nicht und der macht jetzt wunderschöne Geräusche an unserem Mikrofon. Das ist halt, das ist, ja, jetzt. Das ist das Problem daran, wenn man sich ein Headset holt, wo ein Mikrofon drin ist, was man rausziehen kann. Die Dinger sind einfach scheiße, haben ständig Wackelkontakt. Deswegen einfach fest eingebautes Dings. Nico, du bist überhaupt gestorben? Ja. Also Leute. Was willst du von mir? Ich muss euch was beichten. Ach, halt am Maul. Was hast du gemacht? Ich hab aus Versehen ein CB90 Combat Boat gebaut. Aus Versehen. Wie? Wie baut man aus Versehen ein Combat Boat? Ich weiß es nicht. Wo bist du? Ich hatte zwei, oben bin ich am Wasser. Ja, ich habe. Ich hatte zwei Eisenblöcke. Ja. Und dachte mir so, ja warum nicht? Oh. Warte, ich will da wenigstens schönes Fotofirstabend machen. Trotzdem brauchen wir jetzt erstmal ein bisschen. Warte, ich bin bei dem Ufus. Äh, da setzt es wenigstens noch ins Wasser. Komm schon. Ja, hier hinten. Ich hab das ins Wasser gesetzt. Ach so. Ich musste, weil das halt so riesig ist, das musste ich doch... Ach, das ist Nico. Das ist Nico. Nico, was magst du mich zu täuschen? Wie will Kakteen denn finden? Alter, diese Junge. Also ich bin ganz weit nach Süden gelaufen. Das ist der Entstattung wieder. Alter, dieses scheiß Skilette. Weit für die Schuhe. Ja, wir können. Wir können es nur wieder hinlegen. Warte, ich weiß nicht. Soll ich das Boot wieder abbauen? Leider darf ich mich mal im Hafen stehen lassen. Im Hafen. Hier. Ich glaube, ganz schick aus. Ja, schick sieht es aus. Was bist du denn vielleicht, dass ich die Abbau? Dann musst du eigentlich durch einen Blockupdate? Nico, ich hab den Weg, also nicht viel zerstört, aber. Ja. Warte, ich will auch vorne ein Eisbilder haben. Ja, wie baut man das aus zwei Eisenblöcken aus Versehen? Willst du uns das? Einfach zwei Eisenblöcke nebeneinander. Ich wollte eigentlich aus diesen Eisenblöcken, ihn jetzt machen. Aber irgendwie kam es dann dazu, dass ich die falsch gesetzt habe. Oh, Griefer, nein! Alles bitte, nein. Oh, scheiße. Das ist falsch. Oh, scheiße. Noch besser als Lars hat heute versehentlich die Query gesprengt. Ich bin halt ins Irr gefallen und bin dabei, mich rauszukämpfen. Was macht der Junge? Er steht einfach daneben und guckt zu. Dann kommt einfach den Zombie. Der schmeckt die Query in die Luft. Oh, der Creeper hat so einen geilen Kopf und das Skelett hat den Creeper getötet. Aber kriegst du da nicht ne Schaltplatte? Ne, ich hab ein Miniaturherz bekommen. Oh, noch besser, sammel die mal. Oh, das bräuchte die ja. Ja, das sammeln wir erstmal, bevor wir schauen. Ja, die Container, wir brauchen ja noch. Oh, ist das nicht von, von, von Towercraft hier gerade gewesen? Genau, das. Äh, ne. Oh, das sind kleine Babyzombies. Ja. Komm, was ist das nicht in Sachen? Wie lange bleibt die Sachen nach dem Tuch wie? Äh, ewig. Das ist wie so ein Grabstand, den kannst du einfach abbauen. Überleg nicht, ob ich da jetzt einfach wieder hinlaufen soll, um die Sachen zu holen. Äh, du hättest die Rüstung dazu dabei, ne? Ja. Ja, mach das mal das. Äh, äh, zum anderen, zum anderen Miniatur jetzt. Alter, die Scheißkette. Wieso, wieso ist es hier Wasser eingebrochen? Wieso, wie hast du mir das so gemacht, Gott? Was finde ich? War, 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 warte, die Kommi, wir nehmen uns erst mal schlafen, bevor du dir los siehst. Aber hier sind doch die anderen beiden. Luca als Bär. Luca. Nein. So, zack. Na, wo soll ich hin? Ja, komm, einfach zwei Leute, wir haben doch sogar noch genug Wolle, um noch Bäume zu machen. So, Nico, zieh los. Wir haben doch noch Wolle. Hier oben haben wir noch Wolle. Wir haben noch vier, ja, uns fehlt noch eine Wolle, da können wir noch mehr Bett machen. Also das ist ja auch seht ihr mit Tarko wieder ausortiert. Ah, das ist mir das ganze Müll weg. Das ist aber dass praktisch brauchen wir nicht. Wieso hab ich so viele Boden mitbeugen? Oh, dauert das mit dem Ozzmium langen, äh, langen Räuch? Kann auch weg, 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 auf weh, kann auch weg, kann auch weg, dass klar aufstecken, kann auch weg, kann auch weg. Aber das kommt, was es behältst, ne? Nein. So, jetzt wie? habe ich habe ich habe ich habe ich habe die erde abgebaut luka lebst du doch es ist gut oder schlecht so dass er auch noch dahin ist gerade auch dahin oder die beste hier wird bei radio ach da habe ich noch 23 prozent schauen ob die query noch lebt und wie es beim öl aussieht ich glaube nicht dass sich beim öl etwas geändert haben wird jetzt wollen wir uns nicht auch über die erinnern sich nicht wenn man sich über die patrale noch ein bisschen informieren das steht jetzt schon zwölf diamanten und noch mal elf diamanten ja jetzt ist das ding auf der richtigen höhe jetzt läuft es schon warm das ist nice ich nehme sie schon mal raus und packt die mal zu den anderen Sachen weil wir haben jetzt schon insgesamt haben wir 64 also 1 Sekunden 38 die ist ja so häufig ich hätte das ist ja ich arbeite das ist noch blockiert weil da ist noch ein bisschen aus dem jungen hast du ich habe doch ausgesprochen weil ich möchte ich habe da schon reingekommen ich habe jetzt noch dass das so jetzt ist nach unten jetzt kann ich das so auch das war hat er hat er hat er das ich will sich damit schießen das lege ich weil zusatz was brauchst du denn brauchst du iron ne 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 das was durchzieht das wir halt auch hat ja dann ja ich habe genügend ein album reingelegt meine ich okay okay luca was musst du das arbeiten an dem stack noch ich will das aus mir hier raus können auf welche weise kann man gut oder herstellen das ist gut es gut das ist gut das gut ich glaube es wird zu weit äh ich implicit es war alles so vor daraus nichts zu behandeln das ist es das ist die sonder so hat sie dann eher so habe ich hier nicht zu tun also ich hab hier das oder nicht e offensichtlich ist es irgendwie zweifel zuvor das kann erlöst ja es will ich sie als es gibt da wird ja gut Stattdassel Verlöcke noch aber gar nicht so Prozent der Bequerel ist vor sich aber schnell neues Bettchen sache und hier aber wieder hört für die nächsten da kommt es klettert Luka gewöhnt wurde schadig zur Station dafür gestellt das war die Däger ich umreinigen muss, die Atomic Dissembler. Ja, kann ich machen, warte. Kannst du mir auch sagen, was? Du bist mir selbst. Also ich würde dann einfach Kabel verbessern, die nach unten gehen, dann da unten die Energy Q-Pin stellen. Eine Energy Q-Pin, ich schaue mal nach, ob ich das brauche, ne? Ach, du hast schon einen Energy Q-Pin, komm her. Die Kabel verlieren doch keinen Strom, soweit ich das verstanden habe. Nein. Das ist nicht so wie in der Realität, ne? Beziehungsweise diese mal versuchst du nicht so. Ja, ja. Ich glaube, ab einer neueren Version war das. Oh, die Krabi hat schon wieder. Alter, die hat schon acht Diamanten, also die Dinger lohnt sich, ich hab meine wahrscheinlich nicht für ordentlich. Ich fahre schon auf Zweifel, ob Pferd, uh, guck mal, da ist so ein Radio. Ja, aber jetzt, jetzt läuft es auch mit ordentlich Redstone Flags. Ja, ja, stimmt, das Ding, uh, ja, das Ding gibt ordentlich Gas. So. Ich sage jetzt, was soll ich, wie kannst du dir aus? Wir haben so viel Dios gehört. Nein. Äh, das Wurstelicke tue ich auch wieder nenne. Da hat schon wieder ein Diamant gefunden, das Ding. Wo? So. Das hat jetzt ordentlich Tempo drauf, deswegen. Oh, so wunderschön. Ich glaube, ich ersetze es jetzt mal einfach durch Gold nix, wo es das noch schnell durchzieht. Hm. Ich hab da sogar noch Golden Lines. Das kann ich mal kurz machen. Hoff ich mal, dass ich das schnell gut umhackere, ohne dass da was wichtiges sagt. Nico, bist du da? Ja. Gut. Äh, Leute, da ich jetzt schon 17 Minuten sind, würde ich sagen, beenden wir die Folge an dieser Stelle. Wir haben, äh, ein bisschen was geschafft, aber wir brauchen doch immer Kacktele. Und was sollen wir tun? Naja. Falls es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und oder ein Abo, um nix mehr zu verpassen. Schaut beim Chris vorbei auf dem Server. Nette Leute. Na, ist das Server? Ich kann noch mal sagen. Ich bin da auch ab und an drauf. Du fasst das ab und an. Das ist öfter sogar auf dem TS bin ich meistens drauf, ne? Können wir die Anschluss. Können wir ein bisschen quatschen. Schaut vorbei. Echt schönes Feeling. Da macht es wirklich Spaß, wieder Minecraft zu spielen. Da wird man nicht von allen Seiten beleidigt. Deswegen, Leute, guckt es euch einfach mal an. Gibt den Server einen Try. Das ist kleineres Server. Lass mich einfach mal beeindrucken, was habt ihr schon zu verlieren, ne? Und mit diesen Worten verabschiede ich mich aus der 10. oder 11. Folge. Ich kann nicht mehr zählen. Ich werde es gleich sehen, wievielte Folge das war. Haut rein. Tschö.